Ja, da lagen sie, mehr als drei. Er hatte noch sechs Exemplare davon. Es war doch merkwürdig. Er hatte diese dünnen Bändchen gewiß viele Male in den abgelaufenen Jahren gesehen. Er hatte sie sicher auch in der Hand gehabt und hatte es gar nicht bemerkt. Er hatte sogar ein falsches Erinnerungsbild von ihnen. Er stellte sich die Wanderungen so vor, wie sie eben erschienen, im Auslagefenster einiger Buchhändler gebrankt hatten. Ein dunkelgrünes, schlankes Bändchen, auf dessen Einbanddecke in hellen, großen, aber dünnen Buchstaben der Titel zu lesen stand. Aber das Bändchen, das er in der Hand hielt, war eigentlich blau, und die Buchstaben waren klein. Und nun fiel ihm auch ein, er hatte die Bücher unzählige Male gesehen, ja, er erkannte sie wieder. Er hatte nur nicht mehr die Empfindung gehabt, das sind die Wanderungen, die ich selbst, ich selbst geschrieben. Er setzte sich zum Schreibtisch, stellte die Lampe zurecht und schlug das eine Exemplar auf. Wie lange er da nicht hineingeblickt hatte. Die Ränder waren vergilbt, der Druck schien ihm veraltet, und nun begann er zu lesen. Die ersten Verse waren ihm fremd. Aber wie er nur ein wenig weiter las, wurde sein Gedächtnis lebendig. Es war, als kämen bekannte Klänge näher und immer näher, und bald war ihm kein Wort mehr fremd. Er fing an, halblaut zu deklamieren, und nickte mit dem Kopfe dazu, wie man es zu tun pflegt, wenn man gut Bekanntes wieder zu hören bekommt. Das waren also, das waren die Wanderungen, für die ihm gestern das junge Wien den Dank gesandt. Hatte er ihn verdient? Er hätte es nicht zu sagen gewusst. Das ganze arme Leben, das er geführt, zog an ihm vorüber. Noch nie hatte er so tief empfunden, dass er ein alter Mann war, dass nicht nur die Hoffnungen, sondern auch schon die Enttäuschungen weit hinter ihm lagen. Ein dumpfes Weh stieg in ihm auf. Er legte das Buch weg, er konnte nicht weiterlesen. Er spürte, dass er schon lange an sich selbst vergessen hatte. Blast von der Neu